Erwache doch und reiß mich heute noch aus meinen vielen Sorgen. Warum verschiebest du den Abschied meiner Not bis morgen? Ich bin vielleicht schon morgen tot. Doch ihr Gedanken still, wenn ihr geduldig seid, wird euch zu seiner Zeit die Hoffnung fröhlich machen. Sie predigt mir bereits was Angenehmes vor und ruft und schreit mir in das Ohr. In kurzem wirst du glücklich sein. In kurzem wirst du glücklich sein. In kurzem wirst du glücklich sein.